Dass wir ein aufstehender Betrieb sind, immer in Bewegung sind, wir setzten Innovationen immer um, entwickeln unsere Prozesse und Verfahren immer weiter und da gibt es dann immer etwas Neues zu lernen und zu sehen. Jeden, der sich für Technik und komplexe Vorgänge interessiert und nicht nur den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen will und auch selber mal richtig was anfangen will.